Oida, was geht ab Leute, der Hong hier. Event ist zu Ende. Wir haben endlich Zeit über ein paar Sachen zu reden. Hier könnt ihr sehen, was Neues. Und zwar, die Map sieht anders aus. Jetzt wird jetzt anscheinend Open Street Maps oder so verwendet. Hier könnt ihr sehen, Panzerwiese endlich wieder ein paar Straßen und Wege eingezeigt. Nichts, dass es irgendwas ändern würde. Panzerwiese ist immer noch viel zu riesig. Und hier zum Beispiel, diese dunkelgrüne Fläche, war davor auch ganz normal hellgrün. Und hier war, hier ist immer ein Nest. Und jetzt macht's halt Sinn, wo die dunkelgrüne Fläche ist, da ist das Nest. Das wird jetzt unterschieden. Und jetzt macht's halt Sinn. Ah, okay, da ist ein Nest. Und das war das eine. Sieht eigentlich viel besser aus, meiner Meinung nach. Viel genauer, detaillierter. Und das zweite ist, es gab ja ein Update. Und jetzt kann man höher pushen. Jetzt gibt's halt einen Unterschied zwischen Level 38, was davor das Maximum war. Und Level 40 oder Level 39 zum Beispiel. Jetzt macht es auch erst Sinn, über Level 38 zu steigen. Davor gab's echt keinen Unterschied zwischen 38 und 40. Und was ich euch nicht gezeigt hab, während des Events, war mein Sternenstaub. Um ehrlich zu sein, einfach nur, weil ich es voll verplant hab. Aber hier könnt ihr's kurz sehen. 7,4 Millionen haben wir wieder. Das heißt, wieder genug, um ein bisschen was auszugeben. Und was können wir da natürlich pushen? vom Event, natürlich 100% Pogenta. Was sonst? Ist ein bisschen über der Hälfte, also ich denk mal so Level 22 vielleicht. Hab 377 Candys. Schauen wir mal kurz, wie viel ich gefangen hab im Pokédex. Ich hab, glaub ich, alle mit Sanana gefangen, damit ich einfach genug Borgens hab, um den auf Max zu pushen. Ich hab noch nie in den Kommentaren, wie viele Pogentas ihr gefangen habt. So. 4 geflohen. Ne, nicht 4 gefunden. 3 geflohen. Einen hab ich ja nur im Text gesehen. Und jetzt push mal den. Lang nichts mehr gepusht. Das ist echt leidend. Ich hab gehört, auf Max hat der mal, gerade mal 1000 oder so. Aber, los geht's. Moment. Erst IV-Check, damit ihr seht, dass der 100 ist. HP, Tag, Defense, Moment, 15. So. Los geht's. Push den auf Max und dann reden wir noch ein bisschen über das, was die eingeführt haben und den Doppelpush oder Dreifachpush und das halt echt keine Auswirkungen gehabt hat. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, Wahnsinn, man. Oh mein Gott. So schlecht ist der. Wenn man schon 120.000 Sternstab verbraucht. Ja, komm. Bisschen über 1000. So. Und pushen dauert immer noch viel zu lange. Alter, ne Entick. Lasst euch da bitte was reinfallen. Obwohl, wenn es irgendwie so einen Schnellknopf geben würde, dann würden sich wahrscheinlich endzviele Leute beschweren, dass sie aus Versehen drauf kommen. Weil ich habe auch schon aus Versehen, jetzt vor allem jetzt beim Event, Pokémon gepusht. Ich wollte dir halt entwickeln. Dann bist du halt so in diesem, hier bist du schon und dann aus Versehen gepusht, anstatt zu entwickeln. Oder bereits entwickelt. Und dann dachtest du, du hast schon das nächste Pokémon angeklickt. Du wirst halt in diesem automatischen Modus mit Klicken und Entwickeln. Und schaust dich hin und dann hast du gepusht. Und wenn es dann ein Auto-Push geben würde auf Max und man den aus Versehen drücken würde, das wäre richtig leiden. So. Fast geschafft. Mein Gott. Wir über pushen jetzt nicht mehr möglich. Sprich, Pogenta ist eigentlich mein erster Legaler, den ich auf Max pusche. Und so. Letzter Push. Oder? Ne, einer geht noch. Okay, jetzt aber. Letzter Push. Ja, wenn es hier unten erscheint, München, Bayern Germany. Mein erster Legaler, 100% auf Max. 1092. So. So, wie gesagt, Pogenta mein erster Legaler. Ich habe ja schon davor welche überpusht. Und wie gesagt, das war echt kein Cheaten, sondern Bug Abuse. Mir ist nichts passiert. Ich wurde nicht gebannt. Meine Pokémon wurden nicht gestrichen. Es ist echt gar nichts passiert. Weil es ist echt einfach nur ein Fehler im System war. Also für alle, die da ein bisschen rumgeholt haben. Mir ist nichts passiert, Leute. Also Pech gehabt. Für alle, die wollten, dass ich gebannt werde für sowas. Aber das ist halt echt relativ klar, wenn man andere Spiele spielt. Dann weiß man genau, es gibt einen Unterschied zwischen Bug, Bugs und Cheaten. Und das ist nicht dasselbe. Deswegen können wir uns mal hier meine Pokémon anschauen. Den habe ich überpusht. Der ist jetzt sozusagen normal auf Max wieder. Und der war ja davor auf Max. Sprich, ich kann jetzt noch zweimal pushen. Was halt extrem teuer ist. 15 Bonbons und 10.000 Staub werde ich demnächst noch machen. Ein paar, die davor auf Max waren. Und jetzt noch zweimal gepusht werden können. Und das war es von mir. Pogenta 100% auf Max gepusht. Nur für euch. Und man kann jetzt halt nicht überpuschen. Und die Pokémon, die davor überpusht wurden, mit denen ist nichts passiert. Die sind jetzt eigentlich normal. Also jetzt sind die normal. Und wie gesagt, überpuschen, Bug Abuse ist nicht dasselbe wie Cheaten. Mir ist nichts passiert. Es war einfach ein Fehler im Spiel, im System. Das wurde halt jetzt erst behoben. Und alle Pokémon, die davor überpusht wurden, sind jetzt auf Normalzustand. Das war es von mir. Schreibt unten in die Kommentare, was ich als nächstes auf Max pushen soll. Auf richtig Max diesmal. Und wir mal liken, subscribe und kommentieren. Check die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.